Grüß Gott! Herzlich Willkommen bei der Firma Thea Flachtachbau in Tobel. Wir sind ein Sprengereibetrieb und arbeiten am Dach und an der Fassade. Hier in der Zentrale wird der Grundstein für das erfolgreiche Arbeiten unserer Mitarbeit auf der Baustelle gelegt. Ecken und Kanten hat jeder Mensch. In dieser Maschine können wir vollautomatisch und binnen 24 Stunden Kannteile für Metalldächer produzieren. Meine Brüder und ich arbeiten noch 35 Jahre. Deshalb machen wir es richtig. Wir investieren in unsere Zukunft. Der Follow-me Award. Voten Sie mit! Wählen Sie den Nachfolger des Jahres. Klicken Sie followme.nachfolgen.at und bestimmen Sie mit, welcher steirischer Nachfolgebetrieb den Follow-me Award gewinnt. followme.nachfolgen.at. Gewinnchance inklusive. Follow-me ist eine Initiative der Wirtschaftskammer Steiermark, des Wirtschaftsressorts des Landes und der begleitenden Partner.